Kronprinz Frederik wird den Thron besteigen Königin Margrethe II von Dänemark tritt vom Thron ab. In ihrer letzten Silvesteransprache als Monarchin erklärte ihre Majestät, sie werde am 14. Januar 2024 abdanken. Der älteste Sohn der 83-jährigen Königin, Kronprinz Frederik, wird nach ihrer Abdankung König werden. Heute möchte ich Ihnen meine besondere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ich danke Ihnen für die Wärme und Zuwendung, die ich und meine Familie über viele, viele Jahre hinweg erfahren haben. In 14 Tagen werde ich 52 Jahre lang Königin von Dänemark gewesen sein. Eine solche Amtszeit fordert von jedem Menschen ihren Tribut, und das gilt auch für mich. Die Zeit fordert ihren Tribut, und die Zahl der Unpässlichkeiten nimmt zu. Es ist unmöglich, so viel zu übernehmen, wie man es in der Vergangenheit geschafft hat, sagte die Königin von Dänemark in ihrer Ansprache. Im Februar dieses Jahres habe ich mich einer umfangreichen Rückenoperation unterzogen. Dank des kompetenten medizinischen Personals, das sich um mich gekümmert hat, ist alles gut verlaufen. Die Operation gab mir unweigerlich Anlass, über die Zukunft nachzudenken, darüber, ob es an der Zeit ist, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben. Ich habe beschlossen, dass es jetzt an der Zeit ist. Am 14. Januar 2024, 52 Jahre nachdem ich die Nachfolge meines geliebten Vaters angetreten habe, werde ich als Königin von Dänemark abtreten. Ich werde den Thron an meinen Sohn Kronprinz Frederik übergeben, fuhr sie fort. Heute möchte ich Ihnen vor allem meine Dankbarkeit ausdrücken. Ich danke Ihnen für die enorme Wärme und Unterstützung, die ich im Laufe der Jahre erfahren habe. Neben dem Dank an die aufeinanderfolgenden Regierungen und das Parlament dankte Ihre Majestät auch, den vielen, vielen Menschen, die mich und meine Familie bei besonderen Anlässen und im Alltag mit freundlichen Worten und Gedanken umarmt haben und diese Jahre zu einer Perlenkette gemacht haben. Sie fuhr fort, die Unterstützung und Hilfe, die ich im Laufe der Jahre erhalten habe, war für den Erfolg meiner Aufgabe von entscheidender Bedeutung. Ich hoffe, dass der neue König und die neue Königin mit demselben Vertrauen und derselben Loyalität empfangen werden, die ich erfahren habe. Sie haben es verdient. Dänemark hat es verdient.